die hat doch fun safe ja hier sind noch mal 25 25 cent 8 cent ich habe gerade diesen zettel gesehen ich wusste es ganz genau das ist ein fun bon 1 euro 75 8 cent 15 cent 25 25 cent die beiden haben jeweils 15 cent das sind 25 das sind noch mal 33 cent noch mal 8 ich fand 8 cent ach die sind auch noch mal 16 sieht aus wie mit tony aber da gibt es fand lose witten im bus gestolpert 25 und nochmal 15 cent